Mein Name ist Sabine Verheyen. Ich bin Europaabgeordnete der CDU in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Mein Heimatwahlbezirk ist die Region Aachen. Ich bin seit 2009 im Europäischen Parlament und bin hier im Europaparlament vor allem auch für den Bereich Digitale Agenda zuständig und Kommunalbeauftragte der CDU-CSU-Gruppe. 2014 ist das Jahr der Neuerungen. Das Europäische Parlament wird neu gewählt und auch die neue Förderperiode beginnt. Das zum Beispiel für Programme wie Erasmus, Comenius, Grundwig, aber auch für die Strukturförderung und die Agrarförderung. Unter anderem wird auch der Kommissionspräsident zum ersten Mal auch unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Europawahl gewählt. Das ist ein Schritt hin zu mehr Demokratie. Europa sollte im Jahr 2014 zudem eine führende Rolle im Bereich der Internet-Governance einnehmen und sich durch den weiteren Ausbau des digitalen Binnenmarkts auch auszeichnen. Dadurch werden viele Chancen, gerade auch für junge Unternehmen und für Start-ups, gehoben und wir können uns auch weltweit als Europa besser positionieren. Ein positives Beispiel auf diesem Weg ist die neue Datenschutz-Grundverordnung, die einheitliche und moderne Standards für alle EU-Bürger schaffen und sichern soll. Weitere Herausforderungen, die auf Europa zukommen, im nächsten, aber auch in den kommenden Jahren, ist zum Beispiel auch das Thema Sicherheit von Kindern im Internet, Cyberkriminalität, Copyright, vor allem das sichere Funktionieren des Internets und die Aufrechterhaltung fairer Wettbewerbsbedingungen und vor allem auch die Aufrechterhaltung der Netzneutralität. Da das Internet keine Landesgrenzen kennt, müssen wir sowohl in der EU als auch als EU insgesamt weltweit besser zusammenarbeiten und global agieren und neue Lösungen für die anstehenden Herausforderungen finden. Vielen Dank. Vielen Dank.